moh leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge reaction zusammen mit den kleinen sherry was bin ich klein doch also wir reagieren auf jungen für arzt busfahrer mit haselnüsse das wird lustig freunde lassen like und ein abo da dann ist gleich ich werde auch mal was dazu sagen tür auf klappe zu dann bist du nicht der junge von letztens ja ich habe die nüsse mitgebracht extra für mich dann gibt man ja nur am enden ist der bus weiterfahren schon wieder nüsse genau die nüsse die ich eigentlich mag so schöne haselnüsse ja ja okay dann gehen wir durch der junge mit den müssen die leckeren gleich wird die freunde dankeschön ja alles schön und gut sind auch verdammt lecker diese nüsse aber ich hätte mal gern gewusst äh freunde passt freunde passt auf was er jetzt sagt der herr busfahrer gleich wird sie das ich mach's bisschen lauter das ist so nicht der busfahrer der andere und der busfahrer ich kann ihnen das sagen und zwar kennt sie diese pfw-küßchen ja kenne ich meine oma hat keine szene und die lutscht die schokolade und die was ui lutscht die ne nein so ein pennei das gibt es doch gar nicht ach 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 was sollte man da sagen tschüss wenn man im verarscht war ist die andere frage ne ja oder ob das ernst meinte ja das wissen wir nicht ne leider doch das hätte ich gar nicht gewusst wahrscheinlich für unterhaltung ja genau wahrscheinlich freunde auch nett die kenne ich oh ne aber freunde das war es jetzt mit diesem video lass ein like und ein abo da tschüss 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 tschüss